Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Secret Space seit 16 Jahren, unabhängig abgefüllt von meiner Wenigkeit. Etwas über ein Jahr ist vergangen seit meiner letzten unabhängigen Abfüllung aus Schottland und ich wurde jetzt schon öfter gefragt, warum dauert denn das bei dir immer so lange, bis da was Neues kommt? Und das ist relativ einfach erklärt. Zum einen, ich muss nicht davon leben, Whisky ist nach wie vor Hobby und Leidenschaft und die unabhängigen Abfüllungen, die unter meinem Namen auf den Markt kommen, die sind reine Liebhaberei, also ich muss davon nicht leben. Aber hin und wieder bekomme ich mal eine Fassprobe angeboten und wenn dann gewisse Kriterien passen, dann fülle ich das auch gerne ab, um euch diesen geilen Stoff zugänglich zu machen. Was sind das für Kriterien? Also wie gesagt, ich bekomme Fässer angeboten, aber für mich ist es immer wichtig, wenn ich dann diese Liste habe und die Brennereinamen sehe und was für ein Fasstyp und wann destilliert, ich will das Zeug probieren. Sprich, ich will eine Fassprobe haben und das ist im Jahr 2022 als unabhängiger Abfüller gar nicht mehr so leicht, sowas zu bekommen, wenn das Fass noch nicht je gehört. Ganz einfach, weil sich der Markt so schnell dreht, diese Single Cargs so schnell in die ganze Welt verkauft werden, friss oder stirbt. Aber oberstes Credo, ich fülle nichts in die Flasche ab, was ich nicht vorher probiert habe. Deswegen will ich auch eine Fassprobe und meistens kriege ich da halt ein Nein. Hin und wieder kriege ich auch mal ein Ja und dann habe ich diese Fassprobe dann im Glas und da ist das Kriterium, dass mir der Stoff überragend schmecken muss. Anders macht es ja auch keinen Sinn, ich fülle ja nichts ab, was mir nicht schmeckt. Und wenn mir das Ganze dann schmeckt, dann muss natürlich auch der Preis passen, denn was nützt mir der geilste Stoff, wenn der Whisky später in der Flasche unbezahlbar ist oder umgekehrt? Was nützt mir das günstigste Fass, wenn das Zeug scheiße schmeckt? Also es muss alles passen. Ich muss eine Fassprobe kriegen, der Stoff muss mir sehr gut schmecken und letztendlich muss auch der Preis passen, denn mein oberstes Credo ist Preis-Leistung. Geiler Stoff für einen geilen Preis, Punkt. Und es passiert gefühlt nur einmal im Jahr, dass all diese Kriterien dann tatsächlich stattfinden. Und zuletzt fand es wieder statt und diesen Whisky möchte ich euch heute vorstellen. So sieht das Ganze aus. Secret Space Side, 16 Jahre und da mag sich jetzt der eine oder andere denken, schon wieder ein Single Malt Whisky aus der Space Side, wo du nicht weißt, wo er her ist. Ja, das stimmt. Ich kann es auch nachvollziehen. Ihr wisst nicht, wo er her ist. Ich weiß aber, wo er her ist. Und glaubt mir, ich hätte den Namen der Brennerei sehr, 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 sehr gerne da drauf geschrieben, weil ich die Brennerei ziemlich geil finde, vor allem im Bereich von unabhängigen Abfüllungen. Ich hätte es gerne drauf geschrieben, aber hätte ich das Fass mit dem Namen gekauft, dann wäre das viel, viel teurer gewesen. Viel teurer. Und ich habe dann überlegt, habe mir Gedanken gemacht und habe mir gedacht, ey, ob da jetzt der Name der Brennerei draufsteht oder nicht, endet ja nichts an dem Stoff, der in der Flasche ist. Das ist in jedem Fall derselbe. Ja, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich den Namen der Brennerei weglasse, das Fass deutlich günstiger einkaufe und diesen günstigeren Fasspreis dann auch an euch in Form von einem günstigeren Flaschenpreis weitergebe. Deswegen steht da Secret Space Side drauf. Aber wer mich kennt, wer meine Videos kennt und wer so ein bisschen weiß, wo meine Vorlieben innerhalb der Space Side liegen, der kann sich schon so ein bisschen denken, wo er her sein könnte. Zwinke, Zwinke. Etikett, wieder künstlerisch angehaucht, wie bei meinen schottischen Abfüllungen üblich. Etiketten gestalte ich übrigens selbst, da stehen auch alle Angaben drauf, wie beispielsweise im Februar 2006 destilliert, abgefüllt ist er 2022, und zwar im Oktober. Und dieser Single Malt Whisky aus der schottischen Space Side reifte die kompletten 16 Jahre in einem Einzelfass, in einem Sherry Hawk Set, 250 Liter groß. Aber kein Sherry, wie man es von den üblichen Verdächtigen kennt, à la Oloroso oder PX. Nein, ein Sherry-Fasst-Typ, der sehr, sehr selten in der Whisky-Industrie ist, nämlich Fino. Und der Fino, der fällt schon mal farblich ganz anders aus als ein Oloroso oder PX. Der ist nämlich Weißweinfarben, dieser Fino. Und auch aufgrund seiner Aromatik geht er in eine ganz andere Richtung. Der ist eher so ein bisschen fruchtbetont. Grüne Weintrauben, süße Säure, so ein bisschen hefig. Erinnert mich oftmals auch ein Stück weit an Brotteig. Und in so einem Fino Sherry Hawk Set ist dieser Space Side Whisky 16 Jahre vollgereift. Danach abgefüllt in natürliche Fassstärke mit 56,2 Volumenprozenten. Kein Farbstoff, keine Kühlfilterung, kein Shishi. Dieses Fass hat letztendlich 246 Flaschen ergeben. Und ich freue mich, dass ich dieses Fass bekommen habe. Und ich freue mich, dass ich euch heute diesen Whisky vorstellen darf. Ja, ich habe die Flasche auch vorhin erst in die Hand gedrückt bekommen. Kann mich gar nicht dran satt sehen. Ja. Gut, ich habe hier noch eine offene. Ui, da war ich jetzt aber großzügig. Man soll doch nicht vom eigenen Stoff high werden. Nein. Verantwortungsvoll genießen. Bernstein. Also dafür, dass es ein Fino Sherry Fass war, hat er doch ein sattes Färbchen gekriegt, was einfach daran liegt, dass er relativ lang in dem Fass lag. 16 Jahre ist ein ordentliches Alter. Also wenn man mal überlegt, die letzten beiden unabhängigen Abfüllungen aus meiner Feder, die waren jeweils halb so alt. Jo. Auch eine schöne Fassstärke mit 56,2. Fino habe ich privat schon ein bisschen was probiert, aber da findest du tatsächlich relativ wenig. Oh, ein wunderschönes Drei-Gestirn. Ein Dreierlei. Fruchtig ohne Ende. Du hast hier reife, süße Frucht. Geht so in die Richtung Aprikose, Pfirsich, Mirabelle. So diese Fruchtnoten. Reif und süß. Du hast aber auch eine zusätzliche Süße durch Karamell oder dieses Fudge. Da erinnert es mich dran, dieses Fudge. Weiß nicht, ob ihr Fudge kennt. Wenn ihr es nicht kennt, Karamell. Und eine Gewürznote. Die Gewürznote erinnert mich so ein bisschen an Tefer. Und das ist dieses Drei-Gestirn. Ist aber nichts irgendwie im Vordergrund oder Ton angeben. Das ist alles relativ ausgewogen und harmonisch. Also aus Frucht, Süße und Gewürz. Getragen von einer gewissen Malzigkeit. Ist auch schön, dass nach 16 Jahren immer noch ein bisschen Brennereicharakter da ist. So eine Röstaromatik. So karamellisiertes Getreide. Ich war mal in so einer Malzfabrik in Bamberg bei Weyermann. Da gibt es solche Röstmalze. Also die schmecken auch, wenn du die wirklich in purer Form probierst, pappensüß. So in die Richtung geht das. Geröstetes Malz und eine aromatische Eichenholznote. On point. Das Teil ist on point. Damals schon, als ich die Fassprobe hatte, fand ich, war der on point. Und ich finde, über die letzten Wochen und Monate, die er dann noch im Fass lag, bis er abgefüllt wurde, hat er auf jeden Fall nochmal mehr Farbe gekriegt. Und er hat auf jeden Fall mehr Tiefe gekriegt. Es kommt alles ein bisschen deutlicher. Ich fand ihn damals schon geil. Jetzt gehe ich voll steil drauf. Glücklicherweise geht die Kameraeinstellung nur bis zur Brust. Der steht schon 20 Minuten. Eiche wird deutlicher. Hat so ein bisschen was Trockennussiges. Geht so in die Richtung Walnuss. Aber das ist jetzt einfach ein zusätzlicher Aspekt, den der Whisky bietet, aromatisch. Dieses Dreigestehen ist hier wirklich allgegenwärtig mit dieser reifen, süßlichen Frucht. Mit der Süße vom Karamell an sich. Mit einer leichten Pfeffrigkeit. Getragen von Malz. Und sehr aromatischer Eiche in der Tiefe. Also du riechst auch, dass es kein junger Whisky ist. Riechst auf der anderen Seite aber auch nicht diese hohe Fassstärke. Der ist unfassbar mild. Auf der Zunge ist der schon deutlich kräftiger als in der Nase. Der legt ziemlich sauerfruchtig los. So Sternfrucht, grüne Weintrauben, Fisalis. Das ist der perfekte Brennereicharakter dieser Destillerie. Diese sauren Früchte. Zwinker, zwinker. Hast aber auch ein bisschen diese Aprikose, diese Mirabella. Also das ist auch hier auf der Zunge dieses Dreigestehen. Aus fruchtig, süß und würzig. Du hast auch hier das Karamell. Du hast auch hier den Pfeffer. Auf der Zunge sind aber im ersten Antritt geförderte Fassstärke die Früchte deutlich präsenter. Vor allem diese säuerlichen Früchte. Exotisch ein bisschen auch. Malz sich ohne Ende. Hinten raus angenehme Eiche. Die wird leicht trocken. Du hast auch hier die Nussigkeit. Also der riecht einwandfrei, wie er schmeckt. Der schmeckt einwandfrei, wie er riecht. Bloß dem hohen Alkoholgehalt geschuldet geht es auf der Zunge deutlich mehr ab als in der Nase. Also der ist schon kräftig. Ich habe ein paar Tropfen Wasser rein. Kommt Karamellen ein bisschen stärker raus. Die Frucht kommt stärker raus. Kriegt aber auch so ein bisschen Tendenz zur Schale von der Frucht. Eine leichte Herbe mit dabei. Aber letztendlich wird er einfach nur milder. Ich meine, er war in Fassstärke schon sehr mild und gut verriechbar. Du hast den Alkohol nicht wirklich gespürt. Jetzt wird er halt einfach noch milder, ohne dass er was einbüßt. Süße kommt deutlich mehr raus. Dieses Karamell, dieses Fatsch. Und Frucht. Schale. Aber auch Eiche. Aber angenehm. Angenehm. Könnte ich ewig dran riechen. Das ist einfach eine geile Fruchtbombe, die im Bereich Frucht so ziemlich alles abdeckt, außer rote Beeren. Sonst hat er gefüllt alles. Vor allem jetzt mit Wasser wird er richtig exotisch. Mango, Papaya, so die Geschichten. Nam, nam, nam. Wow. Auch mit Wasser. Also er wird ein bisschen gediegener auf der Zunge. Definitiv. Das sollte auch sein. Man hat ja Wasser dazugegeben. Du hast aber immer noch im ersten Antritt diese saure Fruchtaromatik. Diese, ja, grünen Weintrauben. Auch ein bisschen diese Sternfrucht, diese Fisalis. Dann switcht es aber in reifer Aprikose Pfirsich. Getragen die ganze Zeit von der Malznote. In der Nase hat die diesen Rösttouch gehabt. Diesen karamellisierten Rösttouch. Auf der Zunge ist es eher so ein bisschen kerniger, ein bisschen herber. Und im Abgang, ich glaube im Abgang gefällt er mir fast am besten, weil die Eiche da sowas von filigran am Start ist. Der Abgang ist lang. Eiche nicht draufgeballert. Alles ziemlich smooth. Hinten raus erinnert er mich an viele alte Abfüllungen von vor vielen Jahren. Also im Abgang hast du so ein bisschen diesen Oldschool-Bottle-Flavor, von dem viele sprechen. Es ist ein tolles Teil. Es ist einfach ein toller Whisky. Fruchtig ohne Ende, mit Süßen, mit Gewürzen und mit einer ordentlichen Tiefe. Ich finde den geil. Ja, ich habe im Vorfeld keine Werbung für den Whisky gemacht. Tatsächlich wollte ich, dass der Erstkontakt zu dieser Abfüllung für euch über dieses Video stattfindet. Und ich denke, das hat auch funktioniert. Verfügbar ist der Whisky jetzt tatsächlich mit dem Online-Gen dieses Videos. Und zwar exklusiv im Online-Shop von Tilo Schnabel, a.k.a. The Car Scout. Ich freue mich. Ich schätze den Tilo sehr. Er ist selbstunabhängiger Abfüller. Und mit ihm werde ich in Zukunft, was meine schottischen Whiskys betrifft, zusammenarbeiten. Es ist eine tolle Sache. Und ich bin echt happy, dass das alles so funktioniert hat. Der Tilo ist auch ein super Kerl. Das harmonisiert ohne Ende. Und wir gehen zukünftig mit schottischen Whiskys an den Start. Und mit diesem Secret Space Side 16 Jahre legen wir jetzt mal los. Es gibt ihn bei ihm im Online-Shop exklusiv. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Aber aufpassen. Der Tilo liefert seine Car Scout Abfüllung auch gerne mal an den deutschen Fachhandel. Das passiert hier bei dieser Abfüllung tatsächlich nicht. Die gibt es nur im Online-Shop von The Car Scout. Und das ab jetzt. Ich freue mich auf die zukünftige Kooperation mit dem Tilo. Ich freue mich noch mehr, dass ich euch dieses wunderschöne Fass zugänglich machen kann. Es ist ein hervorragender Whisky, den man meiner Meinung nach probiert haben sollte. Allein schon, weil es ein untypischer Sherry-Fass-Typ ist. Unabhängig davon, also ich gehe total stall drauf. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und euch natürlich so ein Fläschchen sichert. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.